Sie haben die Grafikeinstellung nach ganz oben gestellt, das geht nicht! Kennen wir die? Warum kein Barbie-Clip? Blandi, 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 wir haben was zu tun! Die guckt uns gerade allen direkt in die Seele, ich sag es dir. Halt, stopp, sie war nicht matsch. Der Charakter hatte noch Form, okay? Wir hätten ihn auch abends können. Einfach nur Gas oder beziehungsweise Gas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu TCG Folge 224. Es ist ein wunderschöner Tag und herzlich willkommen YouTube, auch schön, dass Sie hier am Start sind. Ihr seht heute auch wirklich ganz bezaubernd aus. Ich finde, heute habt ihr euch richtig zurecht gemacht, wirklich. Also ihr seht wirklich ganz toll aus. Und sogar die Nasenhaare habt ihr euch heute geschnitten. Ich bin stolz, wirklich. Okay, also heute bin ich stolz, wirklich. So, ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Es ist eine neue Folge TCG und wir starten jetzt. Ich liebe es einfach jetzt schon, dass er scheinbar am Essen ist. Das ist einfach das Beste, wirklich. Okay. Sie. So einfach ist das. Man muss einfach nur sagen, herzlich willkommen zu Twitch Chips Germany. Nehmt euch Chips, lasst euch die Clips schmecken. Oh geil. Nee, wartet. Einfach, einfach erwischt, Leute. Einfach erwischt. Okay. Guten Hunger bin ich dieser Fall. Oh, Strese hat mich so erschreckt. Wir kommen gerade mit dem Essen rein. Ist das dein, ihr alter Computer? Nein. Oh, Strese ist so ein süßer, ne? Strese ist so ein süßer. Oh, ich finde die beide auch so cute, ne? Wirklich. Ich finde die beide so cute. Ich glaube, der war in dem anderen Format drin. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, stell mal vor, ihr steppt. Kennen wir die? Chat, kennen wir die? Und warum kein Barbie-Clip? Warum nicht Barbie? Wer ist die alte? Ja, kapier ich auch nicht so genau. Nie gesehen. Die kennen... Major, die kenne ich nicht, ne? Die kennen wir nicht. Die kennen wir einfach nicht. Nee. Mm-mm. Nee. Der Blick an... Die guckt uns gerade allen direkt in die Seele. Ich sage es dir. Die guckt uns allen gerade direkt in die Seele. Die sieht gerade alle unsere kleinen, ekligen Geheimnisse. Da ist ein Vibrator drin. Das muss halt auch sehr viel sein für die Krankenhausmenschen. Was? Also, wisst ihr, meine Therapeute hat immer gesagt, ne? Wenn sie sprachlos sind, ist das ein gutes Zeichen. Weil dann haben sie was gelernt. Chat, wir müssen uns das nochmal angucken. Sehr wild. Stellt mal vor, ihr steppt mit eurem Vibrator drin. Das muss halt auch sehr wild sein für die Krankenhausmenschen. Ihr Marilyn Monroe Moment, aber im Liegen. Wisst ihr, und Blondie ist einfach immer zu doll. Blondie ist einfach immer, immer zu doll. Wow. So, was bist du jetzt? Kraftstofftank. Okay. Da kann man mal klatschen. Wie schlau war das jetzt drauf zu schießen? Gar nicht. Und da in Deckung zu gehen. Wer hätte denn da noch ahnen können, dass einfach so ein Gas- oder Benzinbehälter einfach in die Luft geht, wenn man drauf schießt? Ich, ich, ich finde, also das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie in der Schule lernt, ne? Wer macht denn sowas? Ja, schon. Tut das nicht weh, warum heißt das Prinz Albert? Alter. Chat, wer von euch weiß nicht, was ein Prinz Albert ist? Muss ich jetzt jemanden, muss ich jetzt jemanden aufklären oder weil wir wissen alle, was ein Prinz Albert ist? Find ich noch. Ach, ach, das rote Ding macht auch einen Impuls. Was war das denn gerade? Vorne oder hinten? Wie habt ihr's lieber? Von vorne oder von hinten? Also, hast du gehört, Kevin, will ich saufen? Ich bin frei von Alkohol. Boah, ich würde das auch gerne so gut können, ey. Bei mir sieht das immer richtig, richtig scheiße aus, einfach nur. Aber ich glaube, sie hat auch einen kleineren Reifen als ich. Mein Reifen ist halt mega groß, einfach. Das ist einfach immer so gefühlt, das ist der Hammer. Ja. Ich find's viel doller, dass da einfach eine riesige fucking Flasche Wodka steht. Okay. Kevin? Ja, wenn ich da ruhig gerne mal hin will. Oh shit. Oh shit. Shit. Das war nicht der Fernseher. Das war nur die Pflanze. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Wo bin ich? Äh. Alter, warte, was? Hä? Wo bin ich denn hier gespawnt? Hilfe! Ist das normal? Nein. Wo zur Hölle bin ich? Oh, ich kenn das. Diese Bretter hatte ich auch mal. Safe. Alle davon sind auf der Herdplatte gelandet. Und dann hab ich das immer versucht, durch dieses Loch zu schieben. War, war, hilf. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Handy ist noch nicht kaputt. Oh nein. Alter. Oh mein Gott. Alle meine Kameras sind beim Kochen einfach mit irgendwas befestigt. Und wenn es einfach nur Panzertape ist. Ey, wirklich. Weil, keine Ahnung, keinen Bock auf... Ja. Mauki, wenn du das nächste Mal Hilfe beim Ausziehen brauchst, das ist meine Handynummer. Ruf mich an. Mhm. Wow, wenn das runtergeht, bin ich ein Matsch. Halt, stopp. Sie war nicht Matsch. Der Charakter hatte noch Form. Okay. Der Charakter war noch zu erkennen. Ja. Euch Ski, guckt rein, wenn ihr Ski haben möchtet. Der Marderhund, der Marderhund, der treibt es wirklich immer bunt. Der Schelm, der klaut, was er so findet, bevor er dann damit verschwindet. Das heiße ich wirklich nicht gut. Weswegen er das Richt getut und nimmt sein großes Schießgewehr und er schießt den kleinen Marderbär. Du schaust gern. Alter, er ist aber immer... Er ist einfach, glaube ich, so krass in dem Game auch. Wirklich, also ich glaube, er ist auch einfach richtig gut in dem Game. Wir haben das einmal gespielt, ich glaube vier Stunden lang oder fünf. Wir sind da einfach wirklich wie so zwei Trottel durch die Gegend gelaufen. Aber ich habe mir noch das Hunde-DLC gekauft. Ich habe mir noch das Hunde-DLC gekauft. Ich hatte auch so einen Wurf. Lustigerweise sollte die Daily Soap Verliebt in Berlin ursprünglich alles nur aus Liebe heißen. Allerdings hat man die Idee verworfen, weil die Zuschauer häufig die Serien mit den Anfangsbuchstaben abkürzen. A-N-A-L? Oh Gott, das hat gebraucht! Oh Gott! Wir haben jetzt schon... Oh Gott! Oh Gott! Oh no! Oh mein Gott! Okay, ja! Okay, 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 ja! Mhm! Okay, okay! Wir haben schon drei Jahre Zeit miteinander verbracht. Die Höhen und die Tiefen, okay? Wir haben schon so viel durchgemacht. Wollt ihr mich heiraten mit diesem Schwetterding? Nein, okay, alles klar, tschau. Auf dem Weg... Einfach gekorbt, ey. Chat, ihr würdet mich nicht korben, oder? Ihr würdet mich nicht korben. Ihr würdet mich heiraten. Ich zur Toilette bin ich vielleicht über mein WLAN-Kabel gestolpert und habe mich auf die Fresse gelegt. Ich fall auch immer über das WLAN-Kabel. Mensch, äh, Nicola, das war ja wieder ein Träumchen, ne? Also... Simba, das sind meine Kekse. Das ist mein Name drauf. Wo ist eigentlich Mopsy und warum ist Mopsy nicht lustig? Das ist so sad. Au! Ich glaube, es ist auch einfach besser, dass wir Life of Peace spielen, weil da sind die Gegner nicht so groß. Und das genau mag ich, ne? Einem wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Auch an diesem meinen Tag. Guten Morgen. Digga, wenn das mal ein Wecker wäre, ne? Ich würde das Handy einfach aus dem Fenster werfen. Ah, wie gut so... Guten Morgen. Ja, ich würde mit dir wünschen, ich wünsche dir einen schönen Morgen. Planung mit rein. Ja, hast du. Gesehen, Nicola. Oh, mein Gott. Das... Ina? Oh, Gott. Nein, das ist... Magst du den normalen Hamburger am liebsten? Die kleinen Dinge im Leben. Blair, als ich noch ein Kind war, mochte ich Hamburger auch am liebsten. Nur wusste ich nicht den Unterschied zwischen Hamburger und Cheeseburger. Und ich mochte immer keinen Käse als Kind. Und da habe ich immer gesagt, ich hätte gerne einen Cheeseburger ohne Käse. Und ich glaube, die McDonalds-Mitarbeiter haben mich auch einfach ausgelacht dann innerlich. Und dann war ich nämlich verwundert, warum immer auf meiner Verpackung Hamburger stand. Und ich war so, Hamburger, ich habe doch einen Cheeseburger ohne Käse bestellt. What the hell? Bis ich erst gerafft habe. Ey, aber ganz... Ich kapiere nicht, wie Leute keinen Käse mögen können. Also, I don't know. Ich verstehe es halt einfach nicht, weil ich bin so ein richtiger Käse-addicted Mensch, ey. Laufen. Ah, oder? Das finde ich auch. So. Warum? Was? Ach so. Okay. Oh, Mann. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lilli ist so süß, ne? Malvea sagt, ich brauche was zu trinken, ist mir zu kotze hier. Zu kotze hier? Wie zu kotze hier? Was ist hier zu kotze? Ach, zu cozy. Oh mein Gott. Der Bot sagt einfach zu kotze hier. Das haben wir auch ohne Bot geschafft, Chat. Das haben wir auch ohne Bot geschafft. Wir haben das von alleine kotze genannt. So vor drei, vier Wochen oder so. Weißt du, was mir fehlte in den letzten drei Horns? Die Springer. Ich finde das schön, wie einfach Karma sofort geregelt hat. Oh, scheiße. Bitte klipp das. Oder mach einen Screenshot. Oh mein Gott. Mein Luftstrom. Hast du auch Angst, wenn du deine Hand da reintust, dass die dann so abgehen? Bei diesen Föns? Kennst du diesen... Kennst du das? Ja, ja, natürlich. Ich habe Angst, irgendwo auch gegen Anzustoßen, weil ich dann Angst habe, dass da Bakterien auf meine Finger kommen und ich überlege jedes Mal, meinen Penis da reinzustecken. Einfach umzugucken, wie es flattert. Also das ist nur einfach... Unangenehm. Ich glaube, er meinte sein... Ähm, also den... Der Bekrupp war. Ähm, nee, ich habe es gewechselt. Ähm, Ohren. Ey, diese Handföhndinger sind auch einfach widerlich. Hat er wohl gesagt, Chad. Ich glaube, wir können es auf einigen... Hat er wohl gesagt. So. Aber diese Handföhndinger sind absolut widerlich. Ich hacke keine Walnüsse. Ich mache das hier. Das... Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Nein! Das ist gerade nicht passiert, oder? Oder ist es so zu, zu sehr von oben? Oder ist es cool? Junge, mir fällt alles runter. Ich kann es alles nicht mehr. Der Stream ist abgebunden. So machen wir auch so scheiße. Junge, ich hätte es gleich einfach wieder runtergeschmissen gerade. Wo bunkert man sowas, Alter? Ich brauche das ja auch nicht so. Jetzt gar nicht mehr. Das war einfach kaputt gemacht. Diesmal nicht. Stufe 10. Ich habe es gerade gesagt. Boah, Alter, ich würde sofort alt F4 und das Game ist nicht mehr bei dir, Alter. Ohne Scheiße. Ich wäre so, ich wäre so escalated, ey. Wow. Und die ist riesig. Sehr lecker, muss ich sagen. Sehr schön. Das war der erste Wege. Das war der erste Wege. So wie du. Ja. Genau. Oh, das erinnert mich gerade daran, Alter. Oh, als ich das erste Mal ein Mann zu mir ich liebe, dich gesagt hat. Oh. Deine Leiche geht weg, Schüssel. Ja. Ich bring mich mal in Sicherheit. Was? Was? Alter, das ist geil. Täglich Katzenkampf beginnt. Ey, Hand. Da kann ich aber Schlimmere, muss ich sagen, ne? Ich habe mal Hand gespielt eine Zeit lang, ja. Vielleicht aber auch nicht. Das Game gibt's noch? Also jetzt mal ohne Scheiße. New World gibt es noch? Da spielt noch jemand? Okay. Diese Leute machen mir ein bisschen... Ähm. Bro, was ist das? Ich find's auch schön, wie einfach die Waffe hier unten rausguckt. Alter! Oh mein Gott! Der verfolgt mich schon die ganze Zeit und ich hab das Gefühl, wenn das noch eine Stunde so weitergeht, dann kann ich irgendwie so eine einswaltige Verfügung für den holen, ne? Dieses perverse Ekelschwein. Und für deinen Durchfall. Jeder braucht ne Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Und für die extra schweren Momente gibt's die Rolle auch in XXL. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 11. 11. 12. 13. 13. 14. Tu es. Ich weiß nicht, was ekliger ist. Die Schokolade unter deinen Zungen. Okay, dann reden wir lieber darüber, dass ich eine Tempo-Box habe. Am Anfang vom Stream. Die Sachen waren halt nur leise und jetzt geht einfach gar nichts mehr. Das Einzige, was am Anfang nicht ging, war halt die Cam. Aber das verstehe ich jetzt auch. Das ist doch nicht wahr! Und das ist der Grund, weshalb ich so froh bin, einfach die Scheiß-Webcam zu haben. Und das schon seit Beginn. Also klar hat sich nicht ein neues Modell bekommen, aber das Ding läuft einfach irgendwie. Die läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Er hat doch gerade gewonnen, oder nicht? Warum beleidigen wir das Spiel? S. Das ist Deutsch? Was? Aber S-Bunzenbrenner finde ich auch gut. Nein, das ist S! S? Im Deutschen gibt es doch nicht S! Das S, das ist die Karte S? S-Ace. Ace? Kartenspiel S. Pick S gleich Ace aufs... Moment, 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 Moment. Bube-Dame-König-S. S. S? Ass gesprochen. S-Ace. 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 Mit Sent Kronk. Mit K-H. Sag Krunk nicht LOL. Ding, kennt... Kennt man den? Das Name sagt mir auch was, hab ich schon mal gehört. Aber... Ah, warte mal. Ah ne, das war ungespielt. Ich verwechsel die immer. Wow, okay! Du hast gestern... Also, wo willst du das daran festmachen? Der ist noch gar nicht lang. Das ist so cool, ne? Nein. Nein. Einfach, Chat, einfach, nein. Es tut mir leid, den Spaßverderber machen zu müssen. Aber, Digga, nein. What the actual fuck, Alter. Ach, Alter, ist das scheißegal. Ich will einfach... Ich will ja auch gesagt, einfach nur gut fahren. Gut, dann mach die mal. Ich habe mich heute eingekackt auf dem Parkplatz von Rewe. Alarm! Alarm! Bei der Crash Team Challenge geht es sich nur darum, irgendwelche Autos zu zerstören. Du zerstörst auch die Person. Du zerstörst auch deinen Gegner. Physisch! Ja! Alles, das Selbstbewusstsein, das Selbstbild... Du haust da richtig drauf. Physisch! Nein, General McCooch! Ich war hier! Ist das schon vorbei? Ja! Ich hole deinen Arsch und dann lass ich dich dran riechen! Ich wünsche dir alles... Ist das dann ein Arschgesicht? Wenn du selber an deinem Arsch riechen kannst? Das ist zum glücklichen... Entschuldigung... Ich will... Jess... Error... Exe... Exe... 0404040... Ich wünsche dir einen glücklichen Glückwunsch... Und äh... Ein... Glückwunsch zum... Ge... Ich fühl das so sehr, ey! Wenn einfach dein Gehirn Worte formt, du aber selber irgendwie es nicht gebacken bekommst, die auszusprechen und irgendwie die auch voll in der falschen Reihenfolge... Da... Ich kenn... Ich kenn... Ich kenn das einfach so... Also... So fühlt sich's gerade an! Herzlichen Glückwunsch zum Glückwunsch! Ja! Dieser Clip, der musste sein... Nachdem ich das letzte Mal diesen ultrasüßen Katzen-Clip mit Fethelines-Katze gesehen habe... Und mein Herz geschmolzen ist... Ich muss jetzt wieder zurückgeholt werden in die Realität! Dankeschön dafür! True! True! Weil wenn du ne Katze hast und du hörst dann die Realität davon, dass die dir auch einfach mal aufs Grafiktablet kotzt, dann... Möchtest du plötzlich gar nicht mehr so gerne ne Katze haben! Der hat nen Rechner fallen lassen! Der PC rum! Wie kann das alles nicht? Du ja aus der Schweiz bist ne! Das vergesse ich manchmal! Ja... Das hab ich vergessen jetzt. Läufer! Alter, Mann! Ich hab mich jetzt nicht gerade selber umgebracht, oder? Geil! Schmeckt das nicht? Schmeckt das nicht? Gib her, ich probier auch. Weich, weich, weich. Ja! Boah, ich bin ja, also manchmal bin ich ja auch komisch darin zu kochen, ne? Aber ich glaube, ich hab noch nie so'n Gesichtsausdruck gehabt, wenn ich irgendwas probiert hab, was ich gekocht hab. Wie Kreuz und Kra... Ich rede mich durch... Ich rede mich in ein Kreuz... Nein! Oh Mann, irgendwas mit nem Kragen! Ich rede mich... Wie heißt das? Einem Kreuz... Ich rede mich... Um Kopf und Kragen? Hä, wo kommt das Kreuz her? Gronkh? Um Kopf und Kragen ist, glaub ich, richtig, oder? Oh Mann! Äh, die Faggel kommt hinten rein. In dem... Ich mein hier in den Slot hinten, in den letzten... In den Slot hinten, in den letzten... Geil! What'n Timing! Ja, Elodie wäre Level of Detail, ne? Ich bin doch so'n bisschen hier kurz... Ihr kennt das, ne? Technik-Keros muss kurz so'n bisschen ran. Wenn ich das jetzt alles ganz hoch schraub, dann stirbt mir wahrscheinlich der Rechner doch komplett weg. Geil! Geil! Hä? Was? Sie haben die Grafikeinstellung nach ganz oben gestellt, das geht nicht! Ich... Ja, ja, ja... Grafik-Templator kann die Polizei holen. Grafik-Maschine. Grafik... Hä? Wie heißt das Ding? Grafik... Buchse? Grafik... Ding? Grafik-Bumsi? Was so im PC... Hä? Bin ich dumm? Grafik-Platine? Grafik-Karte? Ja... Digga, was war das denn? Mann! Da wollte ich einfach lustig sein! Die Grafik-Karte hat die Polizei gerufen! Ich war doch nur im Grafik-Menü! Das war das Problem! Gott! Ich mach's! Ah! Oh Gott! Wuuuh! Ah... Oh... 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 Ey, diese Scheiß-Dinger, ne? Die Scheiß-Dinger... Findest du einfach... Ich hätt gern so welche zu meinem Geburtstag... Oh... Ah... Japp die... Oh... Da muss ich nicht jemandem aus dem Spiel raustippen. Alter, dieses Game ist so gebustet, ey. Holy shit. LOL. Ja. Das ist gut. Oh mein Gott, wie gut ist sie gerade? Ich hab den nächsten geblockt. Wow. Sehr gut, Leute. Hä, wie ist es die Zeitgleichung? Keiner hat nen Koop? Da mach ich jetzt einen. Ich mach einen. Ja, ja. Leute. Das war einfach Rap. Das war mehr als Lack. Ich mach das jetzt mal eben. Immer wenn ich das sagen würde, ne. Dieses Kack... Ich hab, glaub ich, wirklich... Wie heißt denn das Game? Das mit den Flubbeln. Das mit den Böhnchen. Wie heißt denn das? Chat, helf mir mal bitte. Fall Guys. Fall Guys. Ich hab Fall Guys, glaub ich, in meinem Leben noch nie mit Freude gespielt. Wirklich nicht. Fall Guys ist einfach... Ey, ich weiß nicht, ne. Ich kann das einfach nicht, ey. Das ist so... Ne, ich fühl das nicht. Oh nein. Da ist der Code für die Box... Alter, ich kann nicht mehr... K boschigen... Hmm... Ugh... Chat, aber es hat nichts mit... Äh, okay, es hat iyamente was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Aber, das ist halt nur bei dieser einen Stelle, weil man halt so dumm... ...nach blöden Ziffern sucht. Sobald wir das geschafft haben... Wieso kann ich nicht laden? Hab ich aus Versehen mein Spiegel gelöscht, indem ich die ganze Zeit Leertaste besmasht hab? Du blöde, guck hier um das Auto rum, ihr Idioten! Ridiculous! Das ist die Polizei! Was?! Du wurdest erwischt! Das war dieses andere Erwischt-Chat. Das war nicht nur erwischt... Also... Freundschaft. Wenn deine Freunde dich anspucken. Blondi! 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 Wir haben was zu tun! Ach Mann! Ich bin so ein Vollidiotin... Friedlich? Nein! Ähm... Ich sagte doch friedlich... Okay, okay. Ich bin vorher auf. Was zum Beispiel machst du da? Ich will es nicht benennen. Ich will es nicht benennen. Mein Stream ist ab 18, mein Stream ist ab 18. Okay. Das Game ist entspannt und nicht so schlimm, wie behauptet wird. Ja, ganz bestimmt. Dieses Spiel in Teil 10, die extrem verstört sein können, spielt auf eigene Gefahr. Chat, entspannter Stream. Entspannter Stream, ne? Stellt euch mich vor, in Nagelig, nur mit der Windel an. Aber in kleinen, okay? Sonst ist es zu cringy. Aber so... You know? Alter, es ist aber auch wild auf Twitch, ne? Also... Please stop. Get some help. Das ist echt so, ey. Meine Oma hatte früher so hässliche Clowns gesammelt. Na, mit dir hat sie angefangen. Ha! Tschuldigung! Oh, der... Es tut mir so leicht, die Vorlage. Komm, Bast. Entschuldigung! Wir müssen merken. Lol! Da unten ist schon Licht an. Wir sparen wieder ein bisschen. Boah, Mama. Riecht Bock. Boah, ich muss eine Sache sagen. Ich hasse es, wenn ich auf Toilette bin, wenn jemand mit mir redet. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Rede nicht mit mir, wenn ich auf Toilette bin. Das extra, die Tür ist zu. Ich bin nicht da. Ich brauche meine Konzentration. Ich bin total anders, ne? Ich schwöre euch, ne? Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und ich muss auf Toilette, dann mache ich die Tür hinter mir zu und schreie dann einfach aus dem Bad raus, ey. Und brülle dann einfach gefühlt diese Person zusammen, einfach damit sie mich noch hört. Und dann warte ich auch immer, immer wenn mir da nicht geantwortet wird, ne? Immer wenn ich... Oder auch wenn jemand anderes auf Toilette ist. Ich labere die Leute einfach ultra voll, Alter. Okay, ich versuch mal, ob wir den hier machen können. Okay. Ja, war nicht so ein guter Versuch. Ne, der war... Der war fast gut, der war fast gut. Würde es dich ärgern, wenn dein Partner mit jemand anderem flirtet? Und wenn ich dann schon flirte, wenn ich dann so, wenn ich so mache, dann zum Beispiel so, so, weisse, so, so. Ich kann das jetzt kurz mal vormachen, chat, da wird es ja schon eifersüchtig. Hallo, ein Schluggelbull, Schluggel. Willst du mit mir einen kleinen Kaffee trinken, ha? Da wäre natürlich klar, ne? Da kann man gar nicht nein sagen, da... Natürlich. Na, da wäre ich ja sofort ausge... Ja, ja. Ja! Okay. Oh, das war ja gar nicht mal tight. Du, das war ja... Das war ja... Tight wie, ähm... Meine Mama. Was? Was? Nee. Was heißt denn tight? Alter, wer sagt denn heutzutage noch tight? Jetzt verstehe ich den Clip auch erst. Hä? Hä? Wieso kann ich eigentlich dieses Kind hier nicht anlauben, ich soll doch Heid und Sieg mit denen spielen, da steht doch ein Kind vor mir, Junge, wieso kann ich das doch nicht anfassen, Mann? Ohohohohoh. Anschlagen, meine... Oh nein, machst du das auch falsch? Hahaha. Äh... Wir sind dann jetzt weg. Tschö. Tschüs! LOL! Wie kommen wir jetzt raus aus dem Himmel? Keine Ahnung, ich muss da hin, um das auszumachen. Wir können einfach gehen, mit Tuch. Din, 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 din. Wie geil die sind. Hat keiner gesehen, ne? Ich glaube, die denken, wir sind Zauberer-Council. Ich glaube auch. Meinst du wirklich, ne? Ja. Alter, die sind so witzig, ne? Oh, das ist geil einfach. Aber da fehlt irgendwie was. Müssten da nicht normalerweise Videos sein? Ich hab Fragen. Und sollte euch das Video auch gut gefallen haben, Übergang des Todes, wupp, 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 wupp. Dann dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ihr dürft gerne auch in die Videobeschreibung gucken. Da ist ja ein Link zum Originalvideo und dort auch ein Däumchen nach oben da lassen. Und gerne ein Abonnement, ein Böschenliebe und so. Und vielleicht sehen wir uns bald auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Kapelle. Bye. See you at a great time.